Tja, manchmal braucht es eben nur ein kleines Quadrat und alles ist perfekt. Hans-Karl Zeisel hat sich sehr ausgiebig mit dem Quadrat beschäftigt und da schauen wir jetzt mal rein. Ich bin Hans-Karl Zeisel, ein dem Bauhaus nahestehender konkreter Künstler. Die vom Bauhaus haben sich nämlich überlegt, was Form und Farbe eigentlich für eine Bedeutung haben kann und wie man sie perfekt in Szene setzt. Und deshalb ist dieses wichtige Buch zum Thema Bauhaus, auch rund. Ich habe 2006 das Six Square Artspiel entwickelt. Ist das jetzt noch Kunst oder ist das schon ein Spiel oder ist das noch ein Spiel oder schon Kunst? Puh, also ich würde sagen, wenn der Mensch spielt, dann ist er Mensch. Ne, das hat Schiller gesagt, egal. Spielen ist großartig. Six Square ist eine Stahlplatte, weiß mit aufgedrucktem schwarzen Quadrat. Man kann mit vier Magnetplättchen unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung, der abstrakten Gestaltung wahrnehmen. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, puh, ziemlich öde Sache, vier so bunte Quadrate und die ordne ich dann so an und dann merkt man relativ schnell, puh, man kann fast unendlich spielen. Ist das nicht fantastisch? Man selbst verliert sich beim Spielen mit vier albernen kleinen Quadraten. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017